Wenn ihr auf der Suche nach einem Tool seid, mit dem ihr Abzeichen und Ranglisten erstellen könnt für eure Gamification-Einheiten, dann ist Flippity genau dieses Tool. Denn es lässt sich super einfach über Google Shits bedienen, dann könnt ihr dann alles anpassen und dann über den Link oder einen Link und iFreak-Code in eure Genialis einbilden. Dann braucht ihr nur noch eine super tolle Geschichte für die Gamification-Einheit zu haben. Und das ist alles! Bis zum nächsten Mal!